Hallo, ich bin Susann, ich wohne in Hamburg und ich bin jetzt schon zum zweiten Mal in Rabatt mit Homestay. Ich war letztes Jahr schon mal hier, da habe ich an der Summer School teilgenommen und zehn Tage bei einer Gastfamilie gewohnt. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und wohne da für jetzt einen Monat bei einer Gastfamilie, bei einer anderen als letztes Jahr. Aber es war beide Male eine super Erfahrung. Es ist wirklich total schön, bei einer Familie wohnen zu können. Ich habe sonst die letzten Jahre vor allem alleine unter WGs gewohnt und es ist total schön, wieder Familienleben zu haben und so auch einen Teil von Marokko kennenzulernen. Wir frühstücken und essen jeden Abend hier zusammen zu Abend. Ich kann mein Französisch irgendwie anwenden, mit den Kindern spielen und auch irgendwie, keine Ahnung, lernen, wie man kocht oder wir trinken viel Tee hier zusammen. Also es ist wirklich ein Erlebnis, was ich euch allen empfehlen kann. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!